So, Tag Nummero 2. Wir gucken einmal ins Auktionshaus nach. Sieht gut aus. Ja, doch sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. So. Oh, endlich das Katala. Nach langer, langer Zeit ist es rausgegangen. Okay. Ach, jetzt komm. Sehr schön. 100 Mille. Innerhalb von einem Tag. Also das wäre nämlich mal geil. Mal gucken, wie dieser Tag läuft hier. Dann wollen wir erstmal alles hier verschärfen. Oh, siehst du. 15 Mille die Skoll. Nur wie ich das wollte. Sauber. Oh, was? Wenn die wirklich für den Preis rausgeht, ne? Ja, glaube ich aber nicht. Hier haben wir nochmal High. Eine Mille. Kommt das hin? Ja, ich glaube nicht, ne? Oh, doch. Was ist denn los hier? So. Da weiß ich jetzt gerade nicht. Er hat den für 400 drinne. Ne, ich stelle den mal für 300. Ah, ne. Das ist alles eine Hand. Wir sind die letzten drei Tage gedroppt. So. Ähm. Fosco High. Ja, können wir auch mal reinstellen. Die Boots können weg. 8,95 kriege ich dafür. Mh. Da. Ah, 6,4 sogar schon. Ah, gut. Dann halt 6,4. Ähm. Ansonsten habe ich nichts mehr zu verkaufen. Das ist ja blöd. Muss ich mal weiter gucken. Gut. Ich werde mich wieder verabschieden. Und werde weiterhin Dungeonsrennen. Ähm. Ja. Also. Bis später. Ciao. So. Kleiner Zwischenstand. Und zwar wird ein Ring von mir gekauft. Damit ihr das auch mitkriegt. Und zwar. Für 200 plus ein Gridring plus 2. Das heißt, dann wird der jetzt als nächstes verkauft. Wollte nur, dass ihr das auch mitbekommt. Nicht, dass ihr euch wundert, wo das alles auf einmal herkommt. Okay. Ich werde weiterlaufen, bis Inventar voll ist. Ciao. So. Mein Inventar ist mal wieder voll. Oder ist jetzt voll. Und sozusagen für mich auch das Abschluss jetzt für heute. Ich war. Was war ich denn jetzt? Vier mal IC1. Zweimal AOS 2. Ein paar DX Dungeons. Und ein bisschen, ich glaube, dreimal Hazard Valley. Gut, gut. So. Ich ärgert es ja auch wieder über den Drops. Ihr werdet ja gleich sehen, was wir schönes gedruckt haben. Schönes ist es nicht. Ist eigentlich totaler Müll. Der hier. Der Christian. Ergert mich so dermaßen. Ich guck mal. Ich glaube nicht. Acht Wait. Wer braucht Acht Wait? Na, Acha braucht das nicht. Ein Forstbäder braucht das jetzt recht nicht. Kannst wegschmeißen. Auch keine Sau. Das ist sowas so lächerlich. Na ja, schade. Was soll man machen? Dann gehen wir mal um Scheiße. Ergert mich so. Was soll man machen? Was soll man da? Ja, interessant ist es nichts getrapt, ihr wisst ja, das einzige was mich für gut jetzt als reingebracht hat, weil der eine Ring ist verkauft, ein Lacanus aufhören getrapt, aber auch totaler Müll, und der kann weg, mit Damage, Astralkor, Astralkor, der Tag, sonst kein Scrolls, doch da hinten, die ganz und die ganz weit, nichts besonderes hier, oh, wirklich wegkamen, gut dann gucken wir mal im Aha, Die Scroll ist weg. Mehr brauchen leider nicht. Nur ein Force Core. Dann packen wir die Upgrade-Cores noch rein. 20 Stück. 17. 17 Mille insgesamt. Das ist doch schön. So. Ja, das war's, ne? Jo. Gut, die restlichen Cores muss ich wohl morgen reintun. Dann sind auch ein ganzer Haufen hier. Verabschiede ich mich für heute. Morgen wieder arbeiten. Und? Oh, 10 AP. Schade. Das Maximum, was man kriegen kann, ist 60. Na, immerhin. Besser als nächstes. So. Das war's. Ja, das war's. Ich verabschiede mich. Und bis morgen. Ciao.